Heute ist Freitag, der 5. Januar 2024. Willkommen zur 174. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dornin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist Rektor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung und du bist Prognostiker des Jahres 2023. Laut Spiegel. Ja, also jetzt muss ich erstmal sagen, der Spiegel hat nicht geschrieben, Sebastian Dulin ist das, sondern der hat den Titel dem IMK-Konjunkturteam unter der Leitung von Sebastian Dulin gegeben. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das erstmal auch zu sagen, denn tatsächlich, ich arbeite immer mit an der Prognose, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das machen, die haben eigentlich, die packen da mehr Zeit und mehr Arbeit rein. Weil das sind ja eine Handvoll Leute, die wirklich ihre Teilbereiche das ganze Jahr über eng beobachten und ich mache ja ganz viele andere Dinge wie Podcasts und andere Themen. Das heißt, ich bin da gar nicht ganz so eng drin, aber klar, ich mache das mit denen zusammen und wir haben uns sehr gefreut über diese Auszeichnung. Also herzlichen Glückwunsch an das IMK und natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer, frohes Neues, auch das soll gewünscht sein. Und in dem Sinne dann auch gleich vorweg, wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns beispielsweise auf ex dem ehemaligen Twitter antickern at böckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant at böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in der Podcatcher eurer Wahl abonniert. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über die wirtschaftspolitischen Herausforderungen des Jahres 2024 unterhalten. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir das tun, immer als erste Folge des Jahres. Ich habe es nachgeguckt. Also das ist jetzt eine Tradition, Sebastian. Ich gratuliere dir, du bist jetzt für den Rest deines Lebens mit mir. Mal sehen, ob wir das als IMK noch so lange machen werden. Aber nee, das ist ja bei uns eine Publikation, die auch schon unter meinem Vorgänger eingeführt worden ist, wo einmal zu Beginn des Jahres quasi so gesagt wird, was ist eigentlich jetzt wirtschaftspolitisch wichtig? Und klar, den Podcast gibt es nicht ganz so lange wie die Publikation, aber von daher macht es auch Sinn und ist vernünftig, einmal am Anfang des Jahres darüber zu reden. Ist ja auch viel angenehmer als einer dieser vielen Jahresrückblicke, mit denen man da so ab Anfang Dezember oder teilweise Ende November schon beballert wird, weil die Zukunft uns, glaube ich, in Sachen Wirtschaftspolitik dieses Jahr besonders quälen wird, so zumindest mein Gefühl. Aber lass uns doch, bevor wir dazu kommen, dann doch nochmal ganz kurz zurückblicken, wie es in 2023 gelaufen ist, soweit man das schon sagen kann. Wir wissen ja, die BIP-Prognosen, die werden ja dann noch bis in aller Ewigkeit nachkorrigiert und schwanken dann noch ein klein wenig. Aber das war ja in 2023 jetzt auch nicht unbedingt das beste Jahr. Nee, also insgesamt ist die Wirtschaft in Deutschland leicht geschrumpft, das ist Bruttoinlandsprodukt, was wir ja benutzen, um die Wirtschaftsgröße zu messen. Das ist um 0,3 Prozent gefallen und das ist vor allem gefallen, weil die privaten Haushalte weniger Geld ausgegeben haben, also die haben weniger konsumiert. Und dann sind die Bauinvestitionen gefallen. Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber geredet, höhere Zinsen, gestiegene Baukosten und die Menschen bauen einfach weniger Wohnungen. Und da sieht man da in den Zahlen, die Exporte sind schlecht gelaufen und das hat dann eben dieses Ergebnis gebracht. Man hätte jetzt sagen können, es hätte noch deutlich schlimmer kommen können. Also wir haben übrigens auch genau 0,3 Prozent Minus vorhergesagt, weil du eben von dem Prognostiker des Jahres geredet hast. Also vor einem Jahr haben wir gesagt, die deutsche Wirtschaft wird im Jahr 2023 um 0,3 Prozent schrumpfen. Und wir haben auch gesagt, der Konsum wird schwach sein. Wir haben gesagt, die Bauinvestitionen werden schwach sein, die Gesamtinvestitionen nicht ganz so. Und die Exporte werden schwach laufen. Und dieses Gemengelager hat sich dann auch so materialisiert. Warum hätte es schlimmer sein können? Wir erinnern uns mal ganz kurz, das ist noch immer die deutsche Wirtschaft, die in diesem massiven Energie- und Nahrungsmittelpreisschock nach der russischen Invasion in die Ukraine steckte. Klar, die Preise sind 2022 gestiegen, aber sie waren eben 2023 auch noch massiv überhöht. Und dass es nicht schlimmer gekommen ist, hat damit zu tun, dass die Regierung relativ entschieden da eingegriffen hat. Auch mit den Preisbremsen für Erdgas und Fernwärme und Strom. Und damit eben ein Schlimmeres verhindert hat. Und damit sind wir dann am Ende bei diesen Minus 0,3 Prozent gelandet. In 2023? In 2023, genau. Ist das in dem Sinne dann ein gutes Ergebnis? Also auch wenn da ein Minus davor steht, überall Rezessionen geschrien wird. Aber so mit den Problemen, die dahinter standen, ist es doch fast schon okay oder nicht? Also ich würde auch sagen, angesichts der Situation, des riesigen Schocks, der da gekommen ist, ist die deutsche Wirtschaft da relativ gut mit weggekommen. Und das ist auch ein Verdienst dieser Bundesregierung. Und ich finde, das ist auch mal wichtig, das zu sagen. Denn im Moment wird ja sehr viel Ampel-Bashing betrieben. Da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch mal zu. Und werden das wahrscheinlich dann auch für 2024 tun müssen. Aber man muss einfach mal sagen, die Krisenpolitik der Ampelregierung nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, nach dem Beginn des Angriffskriegs, der läuft ja immer noch weiter. Das ist eigentlich ziemlich gut gelaufen. Okay, das heißt also, wir haben diesen Preisschock mehr oder weniger abfedern können. Ich würde gerne über was anderes reden. Aber ich glaube, am Anfang kann man schon den Elefant im Raum abräumen. Im November gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und das hat gesagt, also was ihr da mit dem Bundeshaushalt und den Nachtragshaushalten treibt, so nicht in Ordnung, müsst ihr alles ändern. Und das wird einen, glaube ich, sehr prägenden Einfluss auf das Jahr 2024 jetzt haben. Ja, und wahrscheinlich darüber hinaus. Also was ist da im November passiert? Der Hintergrund ist, dass die Bundesregierung sich, als sie Koalitionsverhandlungen gemacht hat, also noch keine Regierung war, haben sich die Ampelpartner überlegt, wie sie formal zur Normallage bei der Schuldenbremse zurückkehren könnten, möglichst schnell, aber gleichzeitig noch relativ viel Geld leihen können, um die Ausgabenanforderungen, die sie für eine Modernisierung der Volkswirtschaft und für die Dekarbonisierung gesehen haben, um denen nachzukommen. Und haben sich da eine Konstruktion ausgedacht, von der sie dachten und von der auch der langjährige Staatssekretär Werner Gatzer, der solche Dinge unter mehreren Finanzministern aller möglichen Parteien verantwortet hat, wo der gesagt hat, es geht so in Ordnung, haben sich was überlegt, wie sie das machen können. Und das Verfassungsgericht hat jetzt gesagt, so wie ihr euch das da vorgestellt habt, geht das nicht und hat eben rückwirkend das alles für nichtig erklärt. Und das Problem ist, dass damit jetzt einerseits für 2024 bestimmte Dinge nicht mehr machbar waren, aber eben auch darüber hinaus, also es geht um 60 Milliarden an Kreditermächtigungen, die in diesen Klima- und Transformationsfonds gepackt worden waren. Es hat sich dann aber danach auch herausgestellt, es geht auch um Kreditermächtigungen, die man für die Preisbremsen bei Erdgas, Fernwärme und Strom vorgesehen hatte und noch Anfang 2024 ausgeben wollte. Das geht auch damit so nicht mehr und von daher war jetzt die Regierung vor die Wahl gestellt, ob sie an allen möglichen Stellen anfängt zu kürzen und zu streichen oder ob sie nochmal die Notsituation erklärt. Und aus verschiedenen Gründen hat man sich jetzt dazu entschieden, ganz merkwürdig einen Kompromiss bei dieser Notsituation zu machen, da irgendwie wegen des Ahr-Hochwassers nochmal die Notsituation zu erklären, aber nicht wegen Energiepreisschock der Ukraine-Krise, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, warum man das in der Form machen würde. Also ich kann wiedergeben, was das Argument ist der Bundesregierung, aber ich finde es nicht plausibel. Das Ergebnis ist, dass jetzt eine ganze Reihe von Abgaben erhöht werden zum 01.01.2024, die erhöht worden sind oder in den nächsten Monaten noch erhöht werden, dass ein paar Ausgaben gekürzt worden sind und vor allem, dass so diese Planungssicherheit aus den nächsten Jahren rausgenommen worden ist, weil es eigentlich ja gesagt wurde, da werden die Karbonisierungsprogramme durchfinanziert und die sind jetzt plötzlich weggefallen und stehen auf der Kippe und stehen alle unter dem Finanzierungsvorbehalt. Und das ist natürlich ein Problem, weil es Unsicherheit schürt und damit bremst dieser Haushalt jetzt die Wirtschaft gleich doppelt. Einmal, weil weniger ausgegeben wird vom Staat und weil es eben Unsicherheit geschaffen hat. Scheinbar aber auch, wenn man jetzt so auf die, gerade nun heute guckt, also gestern Abend war wohl Robert Habeck auf irgendeinem Schiff, wollte nach Hause, hatte Urlaub und da standen dann irgendwie 100 Bauern und wollte ein Schiff entern. Also ich umschreibe es mal mit aufgeregter Lage. Also das deutet ja schon darauf hin, dass wir in der Folge jetzt auch vor starken Verteilungskämpfen stehen könnten, die nicht immer mit hohem Gemüt geführt werden. Das ist halt das Absurde. Eigentlich hätten wir ökonomisch sehr viel Raum, ein bisschen Kredit aufzunehmen, deutlich mehr aufzunehmen, als wir zurzeit tun. Und das dürfen wir jetzt nicht wegen der Schuldenbremse und insbesondere, sagen wir mal aus einer Kombination, einmal wegen der Schuldenbremse, dann wegen der speziellen Interpretation des Verfassungsgerichts der Schuldenbremse und dann dadurch, dass wir einen Partner in der Regierung haben, der sich da auch relativ vielen Optionen verschließt. Und aus dem Grund wird jetzt ein Verteilungskampf um relativ kleine Summen geführt. Da kommt jetzt was anderes zutage, was vielen Leuten, glaube ich, nicht klar war. Man redet ja mal davon, der Staat hat so viele Subventionen, Subventionen, die eigentlich keiner braucht und die schädlich sind und überflüssig und wer weiß was. Und in der Debatte war mir schon immer aufgefallen, wenn man dann die Leute fragt, ja, welche dieser vielen Subventionen, die ihr da seht, wollt ihr denn gerne abschaffen? Und findet jetzt richtig, dass die abgeschafft werden? Dann wird es immer schon gleich ganz dünn. Wenn man in den Subventionsbericht reinguckt, des Kila-Instituts, dann findet man da so Sachen wie Zuschuss zur Kinderbetreuung. Also die staatliche Finanzierung der Kitas wird dann als Subvention betrachtet. Und klar kann man sagen, das ist eine Subvention. Nur wenn man dann an sowas geht und vorschlagen würde, wenn man schafft die ab, dann sieht man gleich schon, wo das Problem ist. Denn die hat irgendeinen Sinn. Jetzt bei dem Agrardiesel der Bauern, die ist auch nicht einfach nur ein Geschenk an die Bauern gewesen, sondern die Bauern zahlen eben für den Diesel, den sie für die Landfahrzeuge einsetzen, zahlen sie eben nicht die normalen Steuern. Und das hat damit zu tun, dass es ähnliche Regeln gibt in anderen europäischen Ländern, im europäischen Binnenmarkt. Das heißt, damit die wettbewerbsfähig sind, haben sie diese Entlastung. Und jetzt kann man fragen, warum haben denn überhaupt alle Bauern so eine Entlastung? Das hat damit zu tun, dass man nicht unbedingt möchte, dass die Nahrungsmittel so teuer sind. Und man sagt dann ja, wenn alle Bauern weniger für den Diesel bezahlen, dann sind die Nahrungsmittel günstiger. Und das heißt, wenn man jetzt anfängt, daran rumzukürzen, dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die plötzlich betroffen sind. Meine These ist, es gibt bestimmt viele Subventionen, die irgendwie schädlich und unschön sind. Aber wir sind nicht alle völlig grundlos irgendwann eingeführt worden. Und das Abschaffen schafft einerseits Verteilungskonflikte, wie du eben gesagt hast, aber es schafft eben natürlich auch dann wirtschaftliche Verwerfungen zum Teil. Das IW hat gestern herausgegeben, dass die aktuellen Änderungsmaßnahmen bei der Bundesregierung vor allem die einkommensschwache Haushalte treffen. Wenn ich da jetzt wieder daran denke, dass nun gerade die am wenigsten Möglichkeit haben, vielleicht auch Rabatz auf der Straße zu machen, im Gegensatz zu den Landwirten. Ja, da stellen sich für mich so ein paar ganz schwierige Fragen, wie zum Beispiel im Bundestagswahlkampf hat man auch das Thema Respekt. Wir haben Bettina Kohlrausch hier in der Hans-Böckler-Stiftung, die sehr vehement darauf hinweist, dass die Verteilungsfragen das eigentliche Problem vieler Wählerinnen und Wähler sind. Also da scheint ja schon mal auf der Ebene nicht der richtige Weg eingeschlagen zu werden von der Politik gerade. Ja, ich meine, auch hier haben wir wieder das Problem. Es sind ein paar, also zum Beispiel sind jetzt seit den vergangenen Jahren der Tarif bei der Einkommenssteuer verschoben worden und die Freibeträge erhöht worden. Das sind immer Sachen, wovon die am meisten profitieren, die einen hohen Grenzsteuersatz bei der Einkommenssteuer schon zahlen, also die relativ viel Einkommenssteuer zahlen und im Umkehrschluss dann auch sehr viel Einkommen haben. Das heißt, die sind ziemlich deutlich entlastet worden und man hat aber jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass man vielleicht den Tarif wieder ein bisschen zurückschieben könnte oder man hätte auch den Solidaritätszuschlag erhöhen können. Aber das sind ja alles Sachen, die Christian Lindner und seine FDP kategorisch ausgeschlossen haben. Und darum blieben jetzt am Ende ein paar Maßnahmen übrig, die eben überproportional die Geringverdienenden oder die Mittelverdienenden belasten. Preisbremsen wurden schneller abgeschafft, die Mehrwertsteuer auf Erdgas und Fernwärme springt schneller nach oben. Wir haben eine höhere CO2-Abgabe, die von Leuten gezahlt wird, die eben recht viel fossil heizen oder mit ihren Autos fahren müssen. Und wenn man sich das anguckt, sind es oft Haushalte in der Mitte der Verteilung, die einen relativ großen Anteil oder die dann besonders belastet werden. Also zum Teil dann auch weiter unten in der Verteilung, aber zum Beispiel, wenn wir über Kraftstoffe reden, die untersten 10 Prozent, die geben praktisch nichts für Kraftstoffe aus, weil die überhaupt kein Auto haben. Also von daher ist das eher so ein bisschen dann die untere Mittelschicht und die Mittelschicht, die hier belastet wird. Und am oberen Ende geht es dann durch die Verschiebung des Einkommensteuertarifs oft ein Stück besser. Und ja, ich glaube, das ist ein Problem. Und da kann Bettina wesentlich mehr zu sagen als ich. Ich sehe es auch als politisches Problem. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass die Umfrageergebnisse für einige der Ampelparteien dann eben so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Denn das ist, glaube ich, nicht das, was sich die Mittelverdienenden oder die untere Mittelschicht mit Respekt vorgestellt hat. Ja, und Binnennachfrage, wird das ja auch schwächen? Oder sehe ich das falsch? Klar. Also das ist ja auch schon, wir sehen das ja schon im vergangenen Jahr. Einer der Gründe, warum die Wirtschaft geschrumpft ist, ist eben der sehr deutliche Rückgang beim deutschen Privatkonsum. Und da sehen wir zurzeit auch keine Trendwende. Also eigentlich steigen jetzt langsam die Einkommen wieder stärker als die Inflation. Wir sehen also im kommenden Jahr eigentlich ein leichtes Plus, kaufkraftbereinigt. Aber die Leute scheinen sehr verunsichert zu sein und geben eben nicht mehr aus. Heute sind gerade die Zahlen gekommen für die Einzelhandelsumsätze im vergangenen Jahr und die sind kaufkraftbereinigt, drei Prozent oder so gefallen. Und natürlich, diese Art der Politik belastet da ganz konkret die Kaufkraft und damit den Konsum. Hast du eine Idee, wie sich die Schuldenbremsen-Diskussion auf die sogenannte Transformation auswirken wird? Also auf den ersten Blick oder mit dem ersten Gefühl denkt man ja so, naja, das wird jetzt auch in Stocken geraten, weil da wird ja auch Geld fehlen am Ende. Es wird da ganz bestimmt Geld fehlen. Es sind ja auch schon ein paar Programme angekündigt worden, dass die auslaufen. Zum Beispiel bei den Wallboxen, bei privaten Häusern, bei anderen Sachen ist glaube ich noch nicht ganz klar, wie die Förderstruktur dann weiter aussieht. Es liegt ja auch noch nicht ein abschließender Bundeshaushalt vor. Und natürlich, also entweder die Subventionen waren vorher völlig sinnlos und die Leute hätten alle die Wallboxen an ihr Haus geklebt, auch wenn es die Subventionen nicht gegeben hätte. Oder das Ganze verzögert sich. Nun ist es zum Teil, glaube ich, richtig, bestimmte Subventionen sich sehr genau anzugucken. Also Wallboxen für private Häuser, wenn man die jetzt fördert, kann man sich schon überlegen, wer baut sich eigentlich sowas an sein Haus? Das sind im Zweifel die Leute, die erstens Leute, die ein Haus haben. Ja, das sind schon nicht die Ärmsten und dann die, die wahrscheinlich auch das Geld haben, sich eine Photovoltaikanlage draufzusetzen und die überlegen, ein E-Auto zu kaufen. Also da ist die Frage, ob das verteilungspolitisch richtig ist, dass die diese Subventionen kriegen. Aber wenn die nicht gezahlt werden, gibt es bestimmt eine ganze Menge, die dann sagen, ja, dann lasse ich es vielleicht auch hier. Und das muss man sich natürlich klar machen. Ich meine, das Ähnliche ist mit dem, das ist ja auch durch die Medien gegangen, die Förderung der E-Autos. Es war eine Förderung versprochen und jetzt ist im Grunde über Nacht dann gesagt worden, ab dem und dem Stichtag, wenn das Auto bis dahin nicht zugelassen ist, dann gibt es die Förderung nicht mehr. Das schafft natürlich eine große Unsicherheit, weil beim E-Auto, vielleicht ist das jetzt nicht ganz so dramatisch, aber stell dir vor, du überlegst eine Wärmepumpe einzubauen und du hast jetzt gerade, dein Nachbar hat gerade erlebt, dass bei der Zulassung seines E-Autos über Nacht, er hat das Auto bestellt, schon angezahlt, war noch nicht geliefert, ist die Förderung weg. Die Leute sind sich natürlich nicht sicher, ob das jetzt auch noch bei anderen Dingen passieren kann. Von daher würde ich schon sagen, dass diese Art der Politik und jetzt auch, dass diese Mittel im Klima- und Transformationsfonds fehlen, das wird ganz sicher die Transformation ausbremsen oder bremsen, ob es ausbremsen ist am Ende, das wird sich noch zeigen. Und du hast vorhin am Eingang auch schon gesagt, eins der Probleme, und ich glaube, da haben wir in einer Folge auch mal ausführlicher geredet, drüber im letzten Jahr ist ja das Thema Wohnungsbau gewesen, der dann wiederum auch auf das BIP sich niedergeschlagen hat, ist natürlich Wohnraum, also Häuser wie auch Wohnungen. Da kann es ja jetzt auch nicht besser aussehen. Zinsen bleiben wahrscheinlich erst mal ein Weilchen auf dem Niveau, wo sie sind, ehe sie wieder zu fallen beginnen. Zumindest wird uns das immer vermittelt. Das heißt, die Bautätigkeit wird ja dann in dem Sinne jetzt auch nicht plötzlich im Februar anfangen, okay, los geht's, sondern eher hinten raus. Nee, also wir sehen auch eine schwache Bautätigkeit für das kommende Jahr. Allerdings muss man sagen, was ein positives Zeichen ist, ist, dass die Hypothekenzinsen schon wieder gefallen sind. Man muss ja unterscheiden zwischen den Zinsen der Europäischen Zentralbank und dann den langfristigen Zinsen, an denen sich die Hypothekenzinsen orientieren. Und dadurch, dass inzwischen schon so eine Erwartung ist, dass die Europäische Zentralbank irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren sich gezwungen sehen wird, die Zinsen wieder zu senken, sind die Hypothekenzinsen oder die Immobilienzinsen schon ein Stück wieder runter. Also es macht schon auch was aus. Die waren mal knapp bei 4 Prozent für Zehnjährige und sind jetzt, glaube ich, bei 3,5, ein bisschen mehr als 3,5. Und das ist schon eine Entlastung, aber es wird nicht reichen, um da eine Trendwende herbeizuführen. Wir haben jetzt sehr viel über die Finanzpolitik bei der Ampel geredet. Das ist natürlich der andere Bremsklotz, den die deutsche Wirtschaft und die europäische Wirtschaft im Moment zu verkraften hat. Das relativ hohe Zinsniveau im Vergleich zu dem, was wir in den vergangenen Jahren hatten, weil die Europäische Zentralbank so aggressiv die Zinsen erhöht hat und jetzt zeigt sich mit dem Rücklauf der Inflation eigentlich, war das vielleicht so gar nicht notwendig. Denn was wir jetzt an Entspannung, an der Inflationsfront sehen, das hat mit diesen Zinserhöhungen noch gar nichts zu tun oder ganz wenig nur zu tun. Denn die Zinserhöhungen brauchen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, normalerweise anderthalb Jahre, bis sie wirklich voll wirken. Und die letzten Zinserhöhungen sind gar nicht so lange her. Das heißt, die Wirkung davon kommt erst noch. Inflation fällt. Möglicherweise hätte man das auch mit etwas weniger Zinserhöhungen erreichen können. Also zumindest glauben wir das. Und da ist halt jetzt noch eine zusätzliche Bremse für die deutsche Wirtschaft dabei. Gibt es denn irgendwas Positives? Also ich meine, alles, was wir jetzt so besprechen, hat ja so tatsächlich so einen eher negativen Touch. Und gleichzeitig wissen wir, dass halt diese Schuldenbremse sehr viele Themen überlagert. Also wenn etwas positiv sein könnte, dann wäre es ja vielleicht, dass sich die Ampel, und das muss ja dann wahrscheinlich mit der CDU zusammen, sich dann durchringt, die Schuldenbremse dann doch in irgendeiner Form zu reformieren. und sei es nur, dass man an den Fristen rumdoktert und sonst noch was. Weil die CDU-geführten Länder, also Bundesländer, haben ja auch dieses Problem mit den Schattenhaushalten, Nachtragshaushalten und was es da sonst noch alles gibt. Ja, ich meine, das stimmt. Von daher wundert mich das auch ein bisschen, wie Teile der Union, wie triumphieren die durch die Gegend laufen. Denn wenn die tatsächlich demnächst nochmal die Bundesregierung stellen, und das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dann haben sie das gleiche Problem. Und sie können relativ wenig machen unter den Bedingungen dieser Schuldenbremse. Und eigentlich, wir haben ganz große Zukunftsaufgaben in diesem Land. Der Bund kann sich immer noch relativ günstig verschulden. Also die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen sind bei etwas mehr als 2%. Wir haben den niedrigsten Schuldenstand aller G7-Länder mit sehr großem Abstand, also aller wichtigen Industrienationen. Wenn man das jetzt so durchzieht, wie das das Verfassungsgericht und die Schuldenbremse vorschreiben, dann fällt unser Schuldenstand kontinuierlich bald unter 60%, dann in Richtung 40%. Und es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Und gleichzeitig werden eben wichtige Weichenstellungen verschlafen. Es wird die Transformation, die Dekarbonisierung aufgehalten. Und wir haben ja immer noch das große Problem der Lücke der Infrastruktur. Unsere Straßen und Brücken, Schienen und Wasserwege sind auch nicht in einem besseren Zustand als vor zwei oder drei Jahren. Und auch dafür wäre es wirklich gut, Kredite aufzunehmen und ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und wenn jetzt Friedrich Merz mit seiner Union an die Regierung kommt und er möchte vielleicht gerne Steuern senken, ich glaube, das hat er mal angekündigt, dann hat er dafür ja auch keine Luft. Da fehlt es ja auch vorne und hinten. Und selbst wenn er sagen würde, die Steuersenkungen bringen uns Wirtschaftswachstum, könnte er sie auch nicht machen, denn die Schuldenbremse erlaubt das in der Form erstmal nicht, auch wenn sich das auszahlen würde wirtschaftlich. Von daher ist das schon sehr merkwürdig und ich bin auch sehr gespannt, was da innerhalb der Union für eine Debatte entsteht. Bislang, es gibt Einzelne, die sich da sehr vernünftig positionieren aus meiner Sicht. Also der Berliner Regierende Bürgermeister Kai Wegner oder der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Henrik Wüst. Aber ich glaube, es ist im Moment noch nicht ganz klar, ob da was Produktives, Konstruktives werden kann oder ob sich die in der Union durchsetzen, die jetzt auf Obstruktion setzen wollen und denen es am wichtigsten ist, diese Regierung eins reinzudrücken, auch wenn es dann auf Kosten des Landes und unseres künftigen Wohlstands geht. Das war jetzt irgendwie auch nichts Positives. Zumindest klingt es nicht so, als ob da etwas Positives entstehen wird. Aber ich lasse mich ja gerne positiv überraschen in dem Sinne. Dann lass uns doch mal kurz auf zwei Dinge, die tatsächlich im Moment noch relativ positiv sind oder relativ positiv sind, hindeuten oder hinweisen. Das eine sind die Energiepreise und die Energieversorgung. Das sieht besser aus, als man es zeitweise befürchtet hatte. Also die Energiepreise sind ja ein ganzes Stück wieder gefallen und das entlastet natürlich die deutsche Wirtschaft. Das hilft jetzt auch, die Inflation zu senken. Und ohne das sähe es auch deutlich schlechter aus. Also wir gehen für dieses Jahr ja wieder für eine Schrumpfung um 0,3 Prozent für die deutsche Wirtschaft aus. Wenn die Energiepreise höher wären, dann wären wir dieser Finanzpolitik und dieser Zinspolitik, dann sähe es einfach nochmal viel düsterer aus. Und das Zweite, was im Moment noch relativ positiv ist, ist, dass wir noch einen relativ stabilen Arbeitsmarkt haben. Wir haben zwar schon einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit gesehen, das hat aber zum Teil damit zu tun, dass wir ja ukrainische Geflüchtete jetzt in Deutschland haben, die auch im Arbeitsmarkt sind und als arbeitslos gezählt werden. Die Beschäftigung ist auf einen Rekordstand gestiegen. Das heißt, wir hatten da zuletzt noch wachsende Beschäftigung. Wir haben auch noch keine richtigen großen Beschäftigungsverluste. Und das ist auch positiv. Nur, das sind natürlich beide Sachen, die relativ wackelig sind. Also wenn irgendwie der Konflikt im Gazastreifen in Israel, wenn der sich nochmal weiter zuspitzt und irgendwelche anderen Länder mit reinzieht, dann kann auch ganz schnell was bei den Ölpreisen passieren. Das haben wir die letzten Tage ja nochmal gesehen. Auch beim Arbeitsmarkt kann es schon sein, dass es irgendwo einen Kipppunkt gibt. Also in früheren Krisen haben wir auch gesehen, dass der Arbeitsmarkt oft lange sich ganz gut gehalten hat, dass aber irgendwann bei den Unternehmen die Wachstumserwartungen verschwunden sind. Und wenn man dann davon ausgeht, dass es überhaupt nicht mehr besser wird, dann fängt man vielleicht doch an, die Leute zu entlassen. Dann haben wir auch das Problem, eine mögliche Abwärtsspirale, weil dann die Menschen vielleicht verängstigt sind, weniger Einkommen haben, weniger ausgeben und dann wieder andere Unternehmen davon betroffen sind. Das macht uns so ein bisschen Sorge, auch daran, dass wir jetzt schon das zweite Jahr in Folge mit so einer leichten Schrumpfung, Stagnation haben, dass, wie wir das Anfang der 2000er Jahre schon mal gesehen haben, sich bei Unternehmen und Haushalten so eine Stagnationserwartung breit macht. Dann sagt man ja, Deutschland kann eh nicht mehr wachsen und wenn es nicht mehr wächst, brauche ich hier auch nicht mehr zu investieren. Dann schiebe ich auch lieber das Autokauf nochmal auf und wenn ich nicht weiß, ob ich in zwei Jahren noch einen Job habe, dann sollte ich vielleicht auch keine Wärmepumpe ins Haus einbauen. Ja, weil das kostet jetzt einfach Geld und das ist halt so die Gefahr, die wir sehen und darum sollte aus unserer Sicht die Wirtschaftspolitik schnell umsteuern. Beim Arbeitsmarkt haben wir jetzt eher über Arbeitslosigkeit geredet, aber in den Debatten dominiert da ja immer der Fachkräftemangel. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen hoch, Arbeitslosigkeit, so ein bisschen irritiert. Ja, wir haben natürlich im Moment eine Debatte des Fachkräftemangels, aber in der Statistik steigt halt die Zahl der Arbeitslosen. Muss man einfach so erkennen. Naja, der Fachkräftemangel, das ist ja immer so ein bisschen relativ. Zum Teil geht es ja darum, dass dann Unternehmen sagen, wenn sie niemanden finden, der zu den von ihnen gesetzten Bedingungen und der von ihnen festgelegten Bezahlung den Job machen möchte, dann ist das für die schon ein Fachkräftemangel. Es gibt da natürlich ganz viele Fälle, wo es einfach dran liegt, dass die Arbeitsorganisation einfach Mist ist und die vorgeschlagene Bezahlung auch Mist ist. Und wenn man daran was ändert, dann ändert sich vielleicht auch dieser wahrgenommene Fachkräftemangel. Dann sehen wir auch, dass die Zahl der offenen Stellen zur Zeit auch zurückgeht. Also das ist nicht mehr so, wie wir das zeitweise schon hatten, was schon darauf hindeutet, dass das nicht mehr ganz so ein relevantes Problem ist, wie wir schon mal hatten. Natürlich fehlen uns in bestimmten Bereichen Fachkräfte und auch in einigen der Transformationsberufe oder die man dafür braucht. Und da muss man mit Aus- und Weiterbildung auch arbeiten oder auch gucken, kann man Menschen in qualifiziertere Jobs bringen, die zur Zeit etwas machen, was nicht ihrem Potenzial entspricht. Da ist immer was dran zu tun, aber die Debatte vom Fachkräftemangel bedeutet nicht automatisch, dass wir nicht auch ein Problem oder eine Gefahr von steigender Arbeitslosigkeit haben. Wenn wir es versuchen, in Gänze irgendwie noch mit einem positiven Touch zu versehen, dann wird 2024 sicherlich ein Jahr gewisser Entscheidungen und Jahr des Übergangs. Ach ja, naja, ich meine, jetzt haben wir noch gar nicht, haben wir nicht drüber gesprochen, gehört auch hier vielleicht nicht hin, aber tatsächlich sehe ich für das Jahr zunächst mehr Risiken als Chancen, ganz ehrlich, weil die Regierung hat jetzt sich auf den Kurs geeinigt, der glaube ich nicht der richtige ist, Umgang mit der Schuldenbremse. Wir haben eine Opposition, die zu teilen nicht besonders konstruktiv ist und wenn wir dann jenseits unserer Grenzen gucken, haben wir ja in der Ukraine eine militärische Situation, die nicht schön ist, weil die Ukraine zunehmend unter Druck gerät. Wir haben in den USA eine Wahl anstehen, wo möglicherweise Donald Trump erneut gewählt wird. Also das ist alles irgendwie, ja, nicht schön und es fehlt mir so ein bisschen die Fantasie daraus, jetzt eine tolle Chancengeschichte zu machen. Tut mir leid, Marco, wenn ich das Jahr so etwas depressiv beginnen muss. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass das mit der Schuldenbremse jetzt auch erstmal so geregelt wurde über den Bundeshaushalt und dem Druck, der jetzt auf dieser Schuldenbremse lastet, weil jemand die Idee hatte, dass aus diesem Druck heraus vielleicht ein Einigungswille in Sachen Neugestaltung entsteht. Ich wünsche mir ganz Teufel dieses Jahr, dass du da recht hast, auch wenn ich etwas skeptischer bin. Aber ich glaube, wir können festhalten, dass das wird so ein bisschen das alles überschattende Thema werden mit der Schuldenbremse, weil die halt zu einer weiteren Beschränkung der Mittel führt, in einer Situation, in der eigentlich mehr ausgegeben werden müsste. Und entsprechend heftig werden dann wahrscheinlich auch die Kämpfe darum werden, um jeden einzelnen Posten, der sich jetzt vielleicht ja auch noch zusätzlich im Jahr auftun wird. Das mag sein. Ich habe aber eher den Eindruck, dass die Debatte in eine falsche Richtung gekippt ist mit der Schuldenbremse. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat man den Eindruck, Deutschland ist kurz vor der Staatspleite und der Staat sei sowieso überaufgebläht und deswegen müsse jetzt ordentlich gekürzt werden. Das entspricht einfach auch jeder Faktengrundlage. Also wenn man sich anguckt, in Deutschland der Anteil der öffentlichen Beschäftigung, der Gesamtbeschäftigung ist gefallen über die letzten Jahre. Wir haben keinen besonders großen Sozialausgaben relativ zu historischen Erfahrungen, auch nicht relativ zu anderen OECD-Ländern. Aber das Narrativ ist ein total anderes. Und ich hatte mir diese Zahlen dann letztens mal angeguckt und war selber überrascht, weil ich hatte schon eigentlich erwartet, dass der Sozialstaat jetzt lang, also ein bisschen nicht massiv, aber doch ein bisschen gewachsen sei in den vergangenen Jahren, auch mit Mütterrente und Bürgergeld und so weiter. Und wenn man sich aber die nackten Zahlen anguckt, sieht man das nirgendwo. Aber die Wahrnehmung ist ja eine total andere. Und da wird dann gesagt, der Staat wirft doch sowieso mit beiden Händen das Geld überall zum Fenster raus. Da muss man jetzt mal ordentlich sparen. Also erstens in den Verwaltungen, wo ich war und auch bei der Hochschule bei der ich arbeite, also goldene Wasserhähne oder sowas in die Richtung, habe ich da selten gesehen. Und tatsächlich habe ich in der Privatwirtschaft aus meiner Sicht wesentlich mehr Verschwendung an Geldern gesehen als beim Staat. Da klafft die Wahrnehmung ganz schön mit der Realität auseinander. Und da ist mein, also jetzt rein subjektives Gefühl, dass das in der Debatte der letzten sechs Wochen eigentlich schlimmer geworden ist. Dass da auch einige Leute sich öffentlich wirklich äußern können und das akzeptiert wird, ohne dass man da auf Fakten blickt oder auch nur Fakten zur Kenntnis nehmen muss. Ist das so ein Selbsthass? Also in Deutschland ist ja immer alles schlecht, habe ich so den Eindruck. Also selbst dann, wenn es gut läuft. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Selbsthass ist oder ob man sich abgrenzen möchte von den anderen, die dann für den Staatssektor arbeiten und man es gerade nicht tut. Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist aber einfach eine sehr unschöne Dynamik in der Debatte. Ja gut, würde ja heißen, dass sie nicht auf realen Fakten beruht ist und damit wäre das hochproblematisch. Genau, das ist ja ein Problem, was wir im Grunde auch bei der Wahl von Donald Trump oder bei dem Volksentscheid über den Brexit in Großbritannien gesehen haben, dass die Debatte eben nicht mehr rational abläuft, sondern eben, ja, jeder stellt seine gefühlten Fakten dar und kann dann frei behaupten, was er unter sie gerne möchte. Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch. Danke für die Modulation, Marco. Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, vielleicht auch welche Hebel man betätigen muss, damit das alles im Jahr 2024 vielleicht doch in eine bessere Richtung läuft, als wir sie jetzt gerade hier vermutet haben, dann könnt ihr uns auf ex dem ehemaligen Twitter antickern at böckler-de ist da unser Handel oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben systemrelevant at böckler.de Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und falls ihr Twitter nutzt, könnt ihr auch Sebastian dort finden, at sdolin, also Sebastian Dolin. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung. . . . . . . Vielen Dank.